jo leute der captain flieg ist mal wieder back am start für euch und spielt heute mal wieder eine runde frei für alle auf nuketown ich blende euch jetzt hier mal was ein was ich gerade vor der aufnahme festgestellt habe und fand irgendwie ein bisschen lustig muss ich sagen ich werde euch das jetzt einfach mal ein ja leute habt euch jetzt mal eingeblendet das ist jetzt hier die zweite runde direkt nach der ersten die ich hatte also kam ich gerade nicht so draufklaue ich das gesehen habe sage ich euch so wie es ist als ob hier keiner gespawnt ist verarschen die leute sind hier gerade drauf gott der hat auch noch ein bauch er hat mich komplett aus meinem leben zerstört ja das ist schon echt ein bisschen krass muss ich wirklich sagen oh gott er spielt er 100 pro mit schnellfeuer oh nicht auch ohne extras hä ist ja geistig gestört erledigt was ok ey ja bitte gammeln noch mehr rum und dann noch mit schnellfeuer und das direkt in der zweiten runde kein problem ey leute hallo hör auf zu gammeln du knecht ne da ist er ich dachte das ist der scheiße man gibt es nicht du baust hier keine streak auf da ist er oh gott hast du gerade gesehen da ist einer gespawnt oder nein das war eine scheißfigur es war eine scheißfigur und ich dachte ohne witz das ist ein gegner oh gott Kurz mal chillen, ich bin nämlich Absolut weak Ich bin voll gewöhnt, jetzt gehealt zu werden Schillt und so ein Scheiß Oh, ey, ich krieg übelst Paras Oh Gott, hinter mir Ich schieb übelst Paras, Leute Heilige Scheiße Boah Warum stand bei mir eigentlich gerade Sperrballabschuss Geiler Prestigemeister Ah, sowas habe ich ja auch noch nicht gesehen Kommt wieder Ich will das ja Scheiße, Mann, ich dachte, der kommt wieder zurück Oh, Leute Bitte Hört doch mal auf, mit so einer Waffe zu spielen Die ist zwar nicht schlecht, aber übertreibt es nicht Noch ganz gut gecleart, Alter Das Ding Ich habe so das Gefühl, dass hier alle nur noch mit Schnellfeuer spielen Aber es ist nicht so Nicht alle spielen mit Schnellfeuer Aber er rennt die ganze Zeit immer in Spawn rein Oh Gott Fuck, Mann Ich wusste nicht, auf wen ich schießen soll Ich wäre jetzt eh tot gewesen Wir haben die Kugeln gerade nicht connected Oder ich war die ersten Kugeln nicht drauf Das weiß ich gerade nicht Was haltet ihr eigentlich so von dem Spiel an sich jetzt gerade Von den neuen Spielen Das wollte ich auch gerne mal wissen Könnt ihr mir Wo ist denn der hin Es ist der Hoch, Alter Mit einem Zeitsprung hätte ich jetzt überlebt Ey, guckt es euch an, Mann Deutscher Bastard Nur am Campen, ey Och Gott Wie hat der mich gerade noch geschlagen, wenn ich in der Luft Ach, nee Ich frage gar nicht erst nach, Leute Wisst ihr, genau aus solchen Gründen spiele ich das Spiel nicht Ich bin in der Luft Keine Ahnung wo Und er kann mich Boxen Obwohl ich 5 Meter von ihm wegstehe Ähm, nee Nee Leute Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll Dieses Spiel Das hat nichts Nichts mehr an sich Es wird vielleicht noch übelst gehypt von euch Aber Ich muss mir das nicht antun Ich weiß nicht, wie der Typ mich gerade geboxt hat Wenn ich so weit weg stand Das würde ich gerne mal wissen Zweitens Laufen hier nur noch Camper rum Deutsche Also Im FFA geht es einigermaßen Ich habe jetzt 2 Runden gespielt Und es ging Ich möchte ihm jetzt auch nichts vorhalten Er hat aber echt am Scorn rumgeschimmelt Nee Ich sage dazu auch jetzt erstmal nichts mehr Jetzt muss ich mir erstmal abreagieren Ich gehe jetzt rüber Spiel eine Runde Skyrim Schaut da